Das Malbuch Du bist echt gut da drin Gut? Ich könnte wohl kaum schlechter sein Ich wollte einen Staubsauger Eigentlich warst du ganz nah dran Zumindest hat er den Schlauch rausbekommen Das ist gar nicht zum Lachen Orange Gelb Fisch Violett Braun Grau Rot Grün Blau Du kannst doch ein Geheimnis wahren, oder? Na klar! Dann sag ich's dir Der heutige Test handelt von Zangen Verstehst du? Aber sag es niemandem, alles klar? Auf keinen Fall Ah, ich werde ihn eh bestehen Willst du? Er wird die Zange dran nehmen Hä? Woher weißt du das? Das ist geheim Hä? Okay, Ziffer Versuch doch mal ein paar Zangen rauszuholen Pass auf deine Finger auf Pass auf deine Finger auf Weil du sie noch lange brauchst Eine Zange ist das Werkzeug schlecht hin Gut gemacht! Gut gemacht! Du hast es! Vielen Dank, Loli! Ich bin gleich zurück! Ich bin gleich zurück! Großwitz, ist es wirklich ein Hammer? Nein. Ein Hammer wäre viel zu einfach für diese Kinder. Also jetzt ist es eine Bohrmaschine. Bohrmaschine? Aber es... Ist ein Geheimnis. Jetzt weiß ich's. Es gibt keinen Zweifel mehr. Es ist eine Bohrmaschine. Das reicht. Ich habe jetzt genug. Ich gehe jetzt und mache den Test. Ziffer? Komm nur rein. Ähm, Professor, ähm, worum handelt es sich denn beim heutigen Test? Ach, nichts. Du hast schon Bestand. Was? Sie meinen, Sie werden mich überhaupt nichts fragen? Nicht nötig. Du bist ausgezeichnet im Umgang mit dem Pakuman. Woher wissen Sie das? Das ist ein Geheimnis. Und wir Fixies wissen, wie man ein Geheimnis war. Wähle aus, was du anschauen willst. Klicke einfach auf das Bild. Abonniere unseren Kanal, um neue Zeichen-Trickfilme anzuschauen. Bis zum nächsten Mal. nn